ich bin gleich wieder am Haus, soweit ich weiß. Das ist auch besser so, weil gerade wieder dummte. Ähm, ja. Also ich kann mir ja dieses, dieses Wort hier nicht. Naja. Natürlich, normalerweise überall Schnee. Ja, da sind wir doch jetzt da, hier nicht überall Eis und Schnee. Da bin ich schon mal drüber gedackelt. Das sieht nicht so aus, als wenn wir das heute noch finden, oder? Was machst du denn da? Ein Haus bauen und für Wetten einstellen. Ich habe genug Materialien dafür einstellen. Einstecken. Ich würde mich reinmachen, ich baue das komplett zu. Und meine Wölfe? Lass die draußen, ist mir egal. Sind Wölfe. Oh, da ist noch Fackeln, das ist echt super. Ja. Hm, von dir. Okay. So, warte. Wirkt den Schuh. Ja, warte da erstmal, ich muss noch ein Bett bauen, oder nicht? Was machst du denn jetzt, Kotler? Was ist das? Feuer? Was ist das? Feuer? Welches Feuer? Die Fackel? Ja, dann rutsch mal kurz ein Stück rüber, bitte. Wir müssen schon mal das Schweders wählen. Was ist das? Ist das Tag? Ein Schwäuf, die der wett. Ist das Tag? Wollen wir die Wetten nicht mitnehmen? Ah, stimmt. Ich kann nur heuerbrennen. Ich kann nur heuerbrennen. Zwei kann ich noch bauen. Zwei kann ich noch bauen. Gut. Das sieht alles ziemlich crazy aus hier. Aber ich glaube, ich habe einen Cape gefunden. Dann fangen wir da nochmal neu an. Okay. Wie ihr seht, Leute, auch bei Tag 16. Werden wir immer dafür einen neuen Faden bedroht. Das ist Doppelschwund. Tag 18. Weiß ist nicht, verdammt. Ich habe keinen Kalender. Was ist das? Ja, ich glaube, soweit ich weiß, hatten wir jetzt schon drei Nächte wieder. Bis jetzt könnte ich das einfach nur Wasser. Mir egal. Aber da kann man neu anfangen. Ich habe Kohle gefunden. Da kann man neue Fackeln machen. Dann lass uns da rüber. Da rüber. Da rüber. Da rüber. Da rüber. Ich habe da noch als Einstecker. Da rüber. Hast du eine Spitzhacker einstecken? Ja. Shit, das war nichts. Hier. Ich will viel Nerven, aber ja. Ich will viel Nerven, ja. Ich will viel Nerven, ja. Schleife kommt mehr hier. Zack, zack. Ich habe ganz viel Kohle gefunden. Ja. Ich will mal schnell Holz holen. Kann ich meine Wölfe hier unbeaufsichtig stehen lassen? Ja, ja. Obwohl, einen nehme ich lieber mit. Oh, komm. Und wenn du unterwegs Nahrung findest, bring die gleich mit. Ich habe nur noch ein einziges Herz. Du hast doch da irgendwo eine Party-Match am Ding, ja? Hier habe ich eine Tasche. Ja, dann komm mal kurz raus. Da hast du Nahrung. Ich will nicht mal umholen. Äh, Holz. Tennisbombos. Super. Ich muss einen schönen Kuchen backen. Da wirst du auch weiter probier. Da sind wir ja noch nicht. Die kommen rein. Die kommen rein. Die kommen rein. Prozent Prozent Leute werden sich jetzt bestimmt den Ort und machte da eigentlich was tust du Ja, ich sammle Holz und wenn ich an die Holzblöcke nicht mal reinkomme, weil sie zu groß sind, bringe ich den Baum ab. Wolf, die weg. Ich habe einen Pilz gefunden, was auch immer ich damit tun kann. Soll ich nichts dran. Aber ich bin nicht die dated. Er ist nicht nur eine, sie hat es nicht schon zu tun. Soll ich euch mal die Pfle und die Pfle. Hier ist die Pflegung raus, diese Pfle und die Pfle waren. Wir sehen uns um die Pfle. Das ist auch alles nicht. Denn die Pfle sind so schön. Wenn ich die Pfle nicht so schön Sachen. Ich habe keine Pfle, ich habe keine Pfle. So, ich denke mal, ist das erst mal die Lukeballs, oder? Moment, die zwei hier brauch ich noch nicht. Die drei. Wir sollten dann den letzten Mal versuchen, irgendwie Tabak umzubauen. Ich hab schmacht. Hahaha. Ich höre meinen Wolf nicht mehr. Er ist weg. Ah, nein. Oh. Brände. Ah. 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 Da war ich schon wieder hin, ey. Wir müssen damit meinen Zaun bauen. Oh. 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 Oh, oder? Oh. Jetzt liegt's K., wenn ich fertig bin. So schon. Je besser Wir nehmen übrigens schon 40 Minuten auf. Was? Wir nehmen schon 40 Minuten auf. Es muss doch aber für die Nachwelt dokumentiert werden, was uns hier wieder fährt. Und daraus machen wir dann Minecraft der Film. Genau. Ich hab's trocken gelegt. Ja, ich hab's geschafft. Rezept. Danke. Jetzt brauche ich Steinen. Steinen, 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 steinen. Ich hab Eisen gefunden. Ich hab Eisen gefunden. Haro, was stellst du her? Zäune. Zäune stellst du her, okay. Jetzt brauche ich auch noch eine Tür. Oh oh, so dunkel. Ich kann ja den Ofen herstellen. Ein paar Fackeln noch herstellen. Tag. Ja, das brauche ich jetzt. Den Ofen brauche ich. Griek. So, Bobo, es kommt her. Hallo, du auch. Ja, Bobo. So eilig, es wird dunkel. Mach mal schon. Ach, weißt du was? Du kommst mit, Bobo. Ist da gerade ein Zaun gesetzt? Nein. Nein, jetzt schreck mich einer an. Hm, ging ja auch so. Wie wollen wir das hier jetzt zu machen? Hehehe, so wie ich das gerade ruhe. Ja, okay. Hey! Ciao. 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 Ciao.